Als baltische Staaten werden drei in Nordosteuropa gelegene Staaten bezeichnet, die drei Staaten grenzen an die Ostsee. Während Baltikum für die geografische Region steht, ist baltische Staaten ein politischer Oberbegriff. In der Zwischenkriegszeit wurde auch Finnland zu den baltischen Staaten gezählt. Die baltischen Staaten wurden nach dem Ersten Weltkrieg unabhängig vom damaligen Russischen Reich, wurden aber 1940 von der Sowjetunion annektiert und erlangten erst 1991 erneut ihre Eigenständigkeit. Geschichte Diese deutsche Begriffsbildung hat ihren Ursprung in der deutschen Ostsiedlung des Mittelalters. Russland übte zwar seit dem 18. Jahrhundert die dominierende politische Macht in seinen Ostseeprovinzen und ehemaligen Gebieten von Schweden und Polen-Litauen aus, konnte jedoch nicht verhindern, dass sich die deutschsprachige Bevölkerung als eine Art Oberschicht herausbildete. Diese war bis Ende des Ersten Weltkrieges auch die wirtschaftlich und gesellschaftlich dominierende Bevölkerungsgruppe. Daneben bevölkerten noch die russischen, einheimischen und jüdischen Bevölkerungsgruppen diese Länder im Baltikum. Nachdem im Ersten Weltkrieg die Region durch deutsche Truppen besetzt war, wurden sämtliche Einflüsse der russischen Oktoberrevolution von 1917 in den drei baltischen Staaten konsequent unterdrückt. Erst der Friedensvertrag vom Brest-Litosk brachte auch den baltischen Staaten die politische Selbstständigkeit. Die deutsche Oberschicht dominierte zunächst weiterhin. Erst mit der endgültigen Niederlage Deutschlands 1918 ging die vollständige Staatsverwaltung an Bevölkerungsmehrheiten der Staaten über. Diese konnten sich allerdings 1919 nur mit Hilfe der deutschen Freikorps unter General Rüdiger Graf von der Gholz dem Angriff der sowjetrussischen Truppen erwehren. Nach anfänglichem Misstrauen der Regierungen entwickelte sich insbesondere in Estland eine enge antisowjetische Zusammenarbeit der deutschen und estnischen Geheimdienste. Diese langjährige Zusammenarbeit wurde durch den Hitler-Stalin-Pakt vom August 1939 durch die deutsche Seite beendet, da die Absteckung der Interessenssphären durch die Sowjetunion und Deutschland die baltischen Staaten dem sowjetischen Einflussbereich überließ. Mit der Parole »Heim ins Reich« wurde zur Jahreswende 1939 Vierzigstel die deutsche Bevölkerung zunächst in die Provinz Posen und später ins Kernland verschoben. Aus diesen Reihen setzte sich später ein Großteil der Division Brandenburg zusammen. Im Frühjahr 1940 besetzte die Rote Armee die baltischen Staaten. Die einsetzende Rassifizierung wurde im Sommer 1941 durch den deutschen Überfall auf die Sowjetunion unterbrochen. Aufgrund der vorherrschenden antisowjetischen Stimmung in den drei baltischen Ländern wurden die deutschen Truppenverbände und SS-Verbände von Teilen der Bevölkerung freudig empfangen. Sie nutzten deren Kooperation. Vor allem die jüdische Bevölkerung der baltischen Staaten wurde bis 1944-45. fast vollständig durch den nationalsozialistischen Massenmord unter, nicht unerheblicher Mithilfe der baltischen Bevölkerung, in den Konzentrations- und Vernichtungslagern der deutschen Minus vor allem im von Deutschland besetzten Polen Minus ermordet. Aus den einheimischen Gegnern der Sowjetunion rekrutierte die Waffen-SS bemerkenswert große Anteile der SS-Divisionen, die für zahlreiche Kriegsverbrechen verantwortlich waren. Nach der Wiedereroberung der drei Staaten durch die Sowjetarmee nahm Stalin an der Bevölkerung grausame Vergeltung und setzte die Rassifizierung im größeren Ausmaß als zuvor durch. Vom Amt Ausland, Abwehr und SD Ausland ausgebildete Untergrundorganisationen konnten sich zwar noch halten, wurden aber bis Anfang der 1950er Jahre alle liquidiert. Britische und US-amerikanische Kommando-Unternehmen versuchten nach dem Zweiten Weltkrieg mit Hilfe ehemaliger deutscher Kriegsmarine Soldaten und von ihnen übernommenen Schiffen diese Untergrundkämpfer herauszuholen, um sie eigenen Zwecken zuzuführen. Diese Versuche hatten keinen Erfolg. Die drei baltischen Staaten nahmen im Dezember 1991 an der Gründung der GUS nicht teil, da sie alle im Laufe des Jahres bereits vorher ihre Unabhängigkeit von der Sowjetunion erklärt hatten. Seit 2004 sind die baltischen Staaten Mitglieder der Europäischen Union. Referenzen George Moth Aspects of the Governing of the Fins Peter Lang 2010 P. 114 K. 775 K. 104 K. 279 K. 189